Hallo Leute, Herzlich Willkommen zu meinem Outtake Video, ach was lauter ich eigentlich, kein Outtake, aber zu meinem Behind the Scenes Video, ich drehe jetzt hier in meinem Zimmer, mit meinen Schränken hier, wie ihr schon sehen könnt, ja, genau, da sind ein paar Klamotten und sowas dran, hier liegt auch schon mein iPod und sowas, hier ist mein Bett, und ja, gleich drehe ich dann das Video von iSwipe, oder, ich habe es schon gedreht, und, ja, genau, auf jeden Fall könnt ihr da mal reinschauen in das Video, ist natürlich verlinkt, oh, das ist überhaupt nicht scharf gerade, ja, genau, das finde ich eine sehr, sehr geile App, ja, und, Schaut es euch auf jeden Fall mal an, ihr seid bestimmt durch das Video hier durch, hingekommen, und, ja, dann sage ich, ciao, bis, ciao, bis zum nächsten Mal, wie der Gerlner sagt, ne, ciao. Beb.